So, guten Morgen Leute, wie geht's euch denn so? So, heute machen wir mal unsere Wintersommeraktion. Die BMW Klopfi hier, der muss da hinten schon mal arbeiten. Wir sind schon mal beim Aufbauen. Sind jetzt schon mal in Jönbeck, beim Nutzerstuhl chillen, in der Dorfstraße 2. Wir machen heute mal so eine Aktion, Aktion Sichtblicke. Und ich werde mal meinen Kumpel fragen, ob er auch noch was dazu sagen will. Franky Line, wo bist du denn? 15 Uhr. Hier, ein Brüsselschlusschen, bitte. Ja, das wird richtig lustig, interessant. Ihr könnt Fotos machen, unsere Fotografen sind da. Den Rest erfährt ihr. Kommt vorbei, alle Mann, oder was weiß ich da. Und hier, ihr könnt ja schon mal gucken, hier. Das ist das Werke. Und er muss das Feld aufbauen. Also Leute, kommt vorbei, wir warten auf euch. Ihr seht uns nachher mal, irgendwann mal durch Bielefeld fahren. Also, bis denn ab 15 Uhr sind wir hier in der Dorfstraße 2, mit dem Brüsselschlubchen. Also, bis denn und tschüss. Bis dann. 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 Und da haben wir heute die Flasoranen in Europa und eine Feier, wir sehen, wie man es überhaupt macht. Also, hier machen wir eine kleine Aktion. Und man kann denen wünschen, dass wir sehen, weil wir ein Stück von Geld haben, aber nicht mehr. Aber wir finden, dass die Wehrhauten, die wir dann machen, die wir heute nicht mehr machen. Also, die wir mal sehen. Musik Down is slowly breaking Out is today Our friends have all gone home You will know you are waiting St. Klaus 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 St. Klaus